so herzlich willkommen zur illustratoren talkrunde wir haben zwei top illustratoren dabei und das meine ich in keinster weise ironisch sondern zwei große namen die wir jetzt quasi heute und gestern halt dann doch schon das ein oder andere mal erwähnt haben als es um redaktionsarbeit gehen wir haben einmal den franz vorwinkel ja das quasi ein urgestein der 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 spiele illustration möchte man halt tatsächlich sagen und das genau inzwischen also früher doch relativ viel auch auf dem deutschen spielemarkt unterwegs gewesen und hat dort illustriert inzwischen vor allem auf dem amerikanischen bin ich damit richtig informiert also also das ist so dass war ich bin zwar rüber nach amerika gezogen aber dadurch hat sich hat sich meine hat sich meine kundenliste eigentlich fast nicht verändert okay und jetzt bin ich ja wieder zurück in deutschland und auch das hat keine veränderung ausgelöst das ist der internationale markt gerade die digitalisierung hat da sicher viel dazu beigetragen da können wir gleich noch mal ein bisschen intensiver drüber reden ich würde aber vorher noch gerne unseren zweiten gast vorstellen clemens franz hallo und herzlich willkommen jeder der mal eine illustration von dir gesehen hat denkt sofort alles klar dass das 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 und das spiel das ist von dir illustriert da was so eine unverwechselbare handschrift ich glaube jeder der mal agricola eine hand hatte oder caverna oder weiß nicht das fast jedes look out spiel fast jedes look out spiel ja tatsächlich uwe rosenberg klassiker ins höhe kannst uns ja gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen was du halt sonst noch hast oder ob du tatsächlich auch geheime andere stile quasi hast womit du dich dann so verschleierst quasi das würde mich tatsächlich interessieren genau aber vorher können wir ja noch mal ganz kurz darauf eingehen so auf euren kreativen schaffensprozess also das wäre jetzt so dass das erste wie kommt ihr also verlag kommt auf euch zu sagt hier wir haben ein spiel das hat das und das thema was passiert danach vielleicht würdest du mal anfangen franz naja gut im prinzip schaue ich mir dann halt an was mit der verlag an unterlagen dazu schickt also in der regel haben die ja schon so ein bisschen eine vorstellung was sie haben wollen und dann mache ich mir also gedanken dazu wie wie könnte das funktionieren worauf muss ich aufpassen wie könnte das aussehen was für eine stimmung brauchen wir für wen ist das spiel eigentlich ist das mehr für was weiß ich ein jüngeres publikum oder mehr für die harten hardcore gamers oder so das sind ja alles das sind ja alles so unterschiede die da berücksichtigt werden müssen und dann als nächstes je nachdem was es für ein thema ist kommt dann die recherche phase also wenn es zum beispiel um irgendwas historisches geht dann gucke ich halt mal nach was ich an informationen dazu finden kann und ja dann fange ich irgendwann an entwürfe zu machen und es wird ja dann mit der redaktion vom verlag stück für stück wird das besprochen und so geht es dann weiter das quasi so der 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 startpunkt sozusagen ja informationen die du dir halt einholst was wäre dann halt so die der next step in der in der inspirationsphase clemens hast du da irgendwie so läufst du dann mal durch die natur und auch das ist so süß wirklich bei dir wieder gut gerade dass sich da jemand dazu geschlichen hat hast du da mittlerweile ganz 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 geübt darin die kinder im hintergrund zu zu ignorieren einfach einfach hinnehmen es ist ganz unterschiedlich es sind immer vom projekt ab es sind immer davon ab welchen zeitlichen rahmen du hast welchen budget rahmen du hast spielt spielt auch immer mit man muss teilweise furchtbar pragmatisch sein ja dass ich mal irgendein element aus dem spiel schnappe wo ich weiß das hat eine ganz ganz zentrale rolle wenn ich das ist ein kartengestellte spiel dann schnappe ich mir vielleicht eine karte raus und an der arbeiten wir dann oder arbeiten mit dem redakteur mit dem autor wer dabei ist und versuchen das so weit hin zu bekommen dass es in sich stimmig ist und wenn wir den punkt erreicht haben dann mache ich zumindest gern so dass ich rundherum den rest aufbauen weil dann habe ich ungefähr dieses gefühl wo will der verlag hin wo will der redakteur hin wo will die frau des redakteurs hin sage ja immer ganz gern dazu weil es sind sind sehr sehr viele stimmen die so ein bisschen auch auch mitsprechen und mit diskutieren und wenn man also element hat das passt dann kann man da kann man da weiter arbeiten wo nimmst du dieses element her also ist das etwas was der redakteur bestimmt oder machst du da selber vorschläge und sagst du das ist jetzt spannend daran will ich weiter arbeiten wie viel freiheit hast du denn da ja wie gesagt ich versuche meistens irgendwas zu nehmen wo ich vom gefühl habe das ist für das spiel ganz ganz wichtig und das elementen mit element man jetzt so ein physisches element spielkarten oder ein teil vom spielplan sagt es geht um irgendwelche blättchen die die zusammengepuzzelt werden da konzentriere mich zuerst drauf und erst dann ist rundherum auf ich weiß das machen nicht alles so also es gibt leute die die eher so den gesamt entwurf bearbeiten aber ich mache es eher so dass immer dieses dieses element spielerische element versuch rauszuschnappen und jetzt werde nur ganz das kleine ding da raus ja inzwischen würde ich jetzt mal franz fragen wie er das so macht also bist du jemand der halt quasi sich erst mal die welt um das spiel entwickelt und dann sagt okay daraus quasi picke ich mir jetzt elemente mit denen ich das dann illustriere oder sagst okay bist du so pragmatisch wie der clemens gerade gesagt hat und sagst okay das budget so und so und so und so dieses element wird jetzt zentral und von da aus geht es weiter naja also wie gesagt das ist das ist von das ist von spiel zu spiel unterschiedlich manchmal ist es ganz klar so dass alles aufgrund des 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 gegebenen themas entwickelt werden muss manchmal ist es so dass es eben ein klemens schon sagt ein ganz zentrales element gibt was erst da sein muss und auf dem alles andere aufbaut manchmal muss aber auch alles auf einmal gemacht werden oder oder mehrere sachen gleichzeitig das kommt halt vor das ist immer das hat auch was mit der zeit zu tun hauptsächlich also es ist es ist ganz oft so bei mir dass ich mache eine sache machen den entwurf fertig schickt den an den verlag so wie das raus ist mache ich mache ich mich an das nächste ding und 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 benutze die zeit die der verlag braucht um sich eine meinung zu meiner arbeit zu bilden benutze ich dafür weiter zu kommen weil sonst sonst würde jede spiele entwicklung würde würde monate dauern also du wartest gar nicht erst auf das feedback des verlages sondern arbeitest schon unabhängig davon weiter und drückst quasi die daumen dass der verlag schon sagt ja das ist schon der richtige weg naja ja und nein also es ist ja so dass wenn ich denn wenn ich zum beispiel den spielplan erst mache und den da schon mal raus schicke und dann an den spielkarten weitermache dann sind das ja im prinzip erst mal zwei getrennte sachen ja während der verlag am spielplan überlegt kann ich ruhig die spielkarten machen weil das ist das das hat nur bedingt was miteinander zu tun warst du da auch schon mal richtig hart auf dem holzweg also natürlich selbstverständlich das kommt immer wieder mal vor das ist was weiß ich 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 sehe das die beschreibung und alles und dann spielt sich bei mir im kopf irgendwas ab und dann mache ich was und dann stellt sich raus dass die eigentlich ganz was anderes gemeint hatten also das kommt immer wieder mal vor kannst du das so bestätigen klemens war das bei dir auch schon oft der fall oder sagst du inzwischen hat sich das so eingespielt du arbeitest immer mit den gleichen redakteuren zusammen hat mir gestern zum beispiel in der redaktionsrunde auch dass die halt gesagt haben okay es gibt halt einfach so eine handvoll illustratoren und grafikern mit denen sie halt so oft zusammenarbeiten dass man sich ja quasi schon irgendwie blind versteht ja dass es halt bequem ist auf eine nicht negative sondern sehr positive art miteinander zu arbeiten das ist auch der punkt das oft für für neue illustratoren illustratorinnen schwierig macht in die in die branche reinzukommen weil die verlage eben oft auch unter zeitdruck stehen und dann sagen sie gut wir haben das spiel das wollen wir schnell machen aber wir haben nicht die zeit um uns auf einen neuen illustrator illustratorin einzulassen das heißt wir schnappen uns jemanden wo wir wissen das funktioniert das hat hand und fuß aber auf die eingehende frage grundsätzlich haben wir jeden fehler den man machen kann ich glaube ich bin bei 90 prozent der fehler die man machen kann habe ich gemacht ist einfach passiert auf dem holzweg ja und nein nein deshalb weil die verlage natürlich versuchen zu schauen das ist das spiel das ich habe das könnte man zum beispiel jetzt mit einem franz vorwinkel vorstellen oder mit einem clemens franz vorstellen das heißt es kommt relativ selten vor dass man sagt glaube ich bin jetzt der falsche das ist auch schon passiert muss ich sagen dass der verlag auf mich zugekommen ist und gesagt hat das wollen wir machen und ich entgegnen musste ich glaube da findet es bessere die das besser und schöner und und toller hinbekommen also wirklich aus aus richtig so dem der inneren überzeugung nicht weil du keine lust drauf hast sondern dass der verlag wirklich das spiel es verdient hätte dass jemand anders das illustriert genau also auf dieser verlag haben mit einem rennspiel zu auf mich zugekommen und die wollten es eben sehr sehr realistisch gestaltet haben und da habe ich sagen müssen kann ich nicht können andere besser können andere schneller und ist glaube ich nur fair und wenn man den luxus hat natürlich zu sagen ich kann kann aufträge auch hin und wieder ablehnen dann auf langen zeitraum glaube ich nutzt die sache auch weil du weil du dir reputation aufbaust und hin und wieder kann man das so sagen ist nicht mein thema bin ich irgendwie nicht zu hause oder vielleicht auch bin ich zeitlich nicht mehr unter das sind alles dinge die die möglich sind da schließt sich ja eigentlich direkt die frage an nach dem stil ja also quasi du sagst ja das ist jetzt so der realismus ist jetzt gar nicht so mein ding vielleicht ist er vielleicht auch dein ding franz obwohl du ja auch sehr viel fantasy machst ist das so sobald man halt auf einen stil festgesetzt ist dass man dann halt eigentlich im grunde nur noch für diesen stil gebucht wird weil ich habe ja zum beispiel wir haben uns auch mal darüber unterhalten dass du halt zum beispiel illustratoren sehr gut findest die die sehr vielseitig sind ja also wir haben mit einigen illustratoren schon zusammengearbeitet es gibt einige die sind wirklich sehr festgelegt in ihren stilen also dann weiß man im prinzip schon vorher was man bekommt was auch ganz gut ist weil man wenn man weiß dass der dass der stil zu diesem spiel passt dann ist es eigentlich relativ einfach zu sagen willst du nicht dann kann man hoffen dass dann termin frei ist so grob gesagt um dann gegebenenfalls zusammen loslegen zu können aber was auch sehr sehr spannend ist es gibt auch einige illustrationen illustratoren die ich bis inzwischen kennengelernt habe die sehr unterschiedliche stile auch verfolgen können und die auch halten können mal als beispiel also jetzt hier ich habe ja mit dem robon hier zusammengearbeitet der das king of 12 gemacht hat der hatte ja sehr sehr unterschiedliche illustrationen mit denen der ursprünglich dann gepitcht hatte die wirklich sich fundamental voneinander unterschieden haben also kann man ehrlich sagen das hätte ich jetzt nicht gedacht dass das vom selben illustrator ist ja und das gibt es ja dann auch und das macht es aber auch sehr flexibel wenn man jetzt ich sag mal so mal noch eine notlösung braucht wenn man irgendwo eine kleinigkeit vergessen hat der ursprüngliche illustrator ist vielleicht jetzt schon nicht mehr frei kann nichts mehr machen dann kann man mal eben noch jemand ins boot holen der dann mal eben noch so eine kleinigkeit rettet den stil auch anpassen kann und so das ist dann auch mal ganz nützlich sage ich mal ja und das ist jetzt die frage also ich bei beim clemens wissen wir jetzt das also da habe ich das gefühl dass das der typische clemen so vom stil her beim franz würde ich jetzt gar nicht mal so behaupten können dass ich das sagen würde ich glaube du bist ja auch vielseitig auf was die das hat bei mir natürlich ein bisschen was auch damit zu tun dass ich ja im anfang der neunziger angefangen habe damit damals war die spielerszene ja völlig anders da gab es ja da gab es ja was was ich eine handvoll verlage die da wirklich präsent waren und da ging das einfach nicht dass man sagt okay jetzt sieht das spiel was ich für schmidt spiele macht sieht ganz genauso aus wie das was ich für hans im glück spiele macht ja jetzt rein stilistisch also habe ich eigentlich schon von anfang an immer versucht das möglichst so zu machen dass dass sich da kein jetzt spezieller stil entwickelt auf den ich festgenagelt werden kann später also auch weil ich da eigentlich gar keine lust drauf habe dann immer dasselbe zu machen und das kommt ja noch dazu aber es ist halt so dass für mich für mich ist das eine tolle sache dass ich ich finde das schön eine karte für magic the gathering zu machen und im anschluss direkt eine neue edition von 600 zu gestalten ist wunderbar obwohl das vollkommen unterschiedlich ist und das ist ja das ist ja das schöne an dem beruf eigentlich dass wenn man sich das so einrichtet dass man man hat jedes mal wieder eine neue herausforderung es ist nie jemand also die routine die sich in vielen berufen ja so einschleicht die gibt es sagen wir mal nur beschränkt man kann sich das so einrichten aber wenn man es vermeidet kann man es auch vermeiden vermeiden also ja würdest du das so unterschreiben clemens ja ja klar aber wird natürlich gebucht hin und wieder einfach weil die verlage sagen wir wollen etwas haben das genau danach aussieht ja das ist alles klar das ist legitim es gibt zum beispiel von mir relativ doch einige spiele wo ich die illustrationen gemacht habe wo man es gar nicht sieht wo vielleicht auch nicht unmittelbar sofort mein name drauf steht sondern der atelier 198er name das ist im prinzip meine frau und ich arbeiten da zusammen ich glaube das ist das ist bei euch ganz ähnlich und wir haben da eben so einen deck namen oder deck begriff genommen und es gibt immer wieder dinge wo zum beispiel piatnik sich bei mir meldet also die tic tac bum spiele zum beispiel seit fünf oder sechs jahren betreue ich grafisch im hintergrund wird niemand drauf kommen also das ist wieder ganz was anderes und da gebe im franz absolut recht es ist notwendig um ein bisschen abwechslung rein zu bekommen und bei mir ist es momentan auch so dass ich in den letzten ein zwei jahren versuche ein bisschen mehr von den illustrationen auch zurückzukommen und mit jungen illustratoren zusammenzuarbeiten die einfach wahnsinnig gut sind technisch also ganz ganz großartige leute gibt es da denen aber noch zu dieser erfahrung fällt was was gesellschaftsspieler brenzspiele betrifft aber das ist etwas was ich gemerkt habe dass junge illustratorinnen und illustratoren technisch sensationell gut sind dann dürfen die redspiel machen und das ding ist einfach von von der usability von der spielbarkeit her absolute katastrophe und das ist etwas wo ich momentan einfach mich auch sehr wohl fühle weil ich sehe da gibt es gibt so viele die die ganz ganz tolle dinge tun und es braucht einfach eine zeige um das know how zu entwickeln die profitieren natürlich auch sehr stark von deinem namen also dass du quasi die kontakte dann halt schon hast und sagen kannst okay ich habe hier eine idee da könntest du hingehen wenn ein verlag dich fragt ja ich kann jetzt nicht aber ich hätte da jemanden der das halt auch irgendwann übernehmen könnte also brauchst du quasi deine eigene meisterschule sozusagen auf es sind jetzt sehr große wörter große begriffe er läuft es ganz pragmatisch so ab dass ganz konkret jetzt bei Hallertau bei Lookout Spiele war es so dass der Uwe Rosenberg gesagt hat er wird sehr sehr gern mit dem Lukas Sigmund zusammenarbeiten mit dem er schon Rekold gemacht hat und ich habe seinerzeit bei Rekold Frosted Games schon im Hintergrund ein bisschen geholfen Druckdaten aufarbeiten Regelsatz macht meine Frau zum Beispiel und bei Hallertau war es dann so dass der Lukas gesagt hat ja okay Illustrationen das macht er gern aber die 300 Karten und so weiter und die Icons und das ganze zusammenbauen das macht ihm jetzt vielleicht nicht so viel Freude und da habe ich gesagt okay das können wir übernehmen und wir haben dann einfach versucht auch die die Rahmenbedingungen für den Illustrator so gut abzustecken dass der wirklich einfach loslegen kann seine Stärken da einbringen kann und die ganzen Bereiche die er nicht so gerne macht einfach auf uns und auf mich auch ausgelagert werden und das ist finde ich sehr 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 spannend für mich auch dass sie dann dass wir das so weit hinbekommen dass es trotzdem wie aus einem Bus aussieht wirklich ein spannendes Thema ich wir haben Fragen aus dem Chat an euch und ich würde gleich mal die Gelegenheit nutzen jetzt mal nach oben zu wechseln zum zum Benni dem Podgamer und lasst euch mal mit Frank und dem Chat allein war schön euch kennenzulernen hat wirklich viel Spaß gemacht ich hoffe das machen wir nochmal ja also ich hätte bis jetzt drei Fragen ich würde mal mit der ich sag mal seichtesten einfachsten anfangen habt ihr ein Favorit bei anderen Illustratoren also jemand wo ihr sagt wow das die Kunst von dem die finde ich super da habe ich da habe ich viele und und auch auch viele aus völlig anderen Bereichen also da wüsste ich jetzt gar nicht ehrlich gesagt wo ich anfangen soll es gibt so viel fantastische Kunst da draußen es ist hast du denn ein Bild von jemand anderen irgendwo hängen in der wohnung das hat mir so gut gefallen das habe ich mir aufgehängt und zwar ja ich habe ein paar ich habe ein paar also ich habe ein sehr schönes sehr schönes Poster von Glenn Angus den kennt man jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich gar nicht der hat den habe ich kennengelernt ist eigentlich ein Video Game Artist und ähm äh lebt auch leider schon nicht mehr ähm äh dann habe ich äh vom ähm äh jetzt komme ich nicht auf den Namen äh äh vom Mike äh habe ich also es sind hauptsächlich hauptsächlich amerikanische Zeichner wo also es ist ja so dass auf GenCon zum Beispiel äh auf diesen Events da haben Zeichner ja oft ihre eigenen Tische auf denen sie ihr Zeug ausstellen dann lernt man die alle so kennen und das äh da kenne ich natürlich einige und ähm da habe ich mir dann halt ab und an mal so ein Print gekauft oder sowas oder getauscht und äh solche Sachen habe ich den Todd Lockwood äh oder äh ja also es wäre jetzt wäre jetzt es sind zu viele Clemens hast du noch Favoriten bei Illustratoren? Mhm aus dem Brettspielbereich ähm es gibt natürlich welche die ganz ganz wichtig waren für die für die Entwicklung ähm dieses Berufsfeldes einer sitzt da 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 daneben ähm äh das Schöne ist dass mittlerweile einfach so viel Brettspiele veröffentlicht werden dass das für viele viele verschiedene Sachen Platz bleibt ähm wenn zum Beispiel Feedback kommt ich habe schon den 20.000. Franz Eurogame Spiel ich kann das nicht mehr sehen dann sage ich ja ist okay aber es gibt noch ganz ganz viele andere Dinge also es wird jeder jeder was finden was gut passt und ähm ansonsten für mich vielleicht ganz ganz spannend war vor drei oder vier Jahren vier Jahren glaube ich 2017 äh gab es eine Neuauflage bei Lookout von Schuss und Tor und die wurde illustriert von Nikolaus Moras in Tännen jetzt relativ wenige der ist glaube ich im Jahr danach auch verstorben ganz still und heimlich ähm das ist ein Illustrator der war damals schon 80 mit uns an dem Spiel gearbeitet hat der hat Hanni und Nanni illustriert dieses ähm ich glaube Burg Schreckenstein oder Schloss Schreckenstein heißt es das heißt der Illustrator der ganz ganz viel in den 70er und 80er Jahren im Bereich Kinder Spiele Jugendliteratur also nicht Spiele weniger sondern Kinderliteratur Kinder Bücher auch Hörspiele gearbeitet hat und mit dem zusammenzuarbeiten auch zu kommunizieren auch ein bisschen so rein zu schnuppern wie der arbeitet das war für mich irrsinnig spannend weil der Stil mich selbst auch als Kind begleitet hat also der hat dann erzählt ja er muss jetzt eben weil es ein Fußballspiel war er muss seine Kataloge der hat ganz viele ganz dicke Kataloge mit mit ausgeschnittenen Seiten aus Zeitungen aus Broschüren aus was auch immer gesammelt gehabt um dort seine Illustrationscollagen zu machen also den das war für mich irrsinnig schön zu jemanden so einen Hero of the Childhood kennenzulernen und zu sehen Okay dann wäre die nächste Frage wird immer ein Auftrag nach dem anderen abgeschlossen oder habt auch mehrere Projekte gleichzeitig Also das lässt sich gar nicht vermeiden sag ich mal so weil ein Spiel die die Arbeit an einem Spiel kann sich ja doch lang hinziehen vor allen Dingen wenn es ein größeres Projekt ist und da kommen dann zwischendrin so kleinere Sachen kommen immer wieder mal vor dass man die zwischenschieben muss Kann ich nichts ergänzend sagen Was ist euch denn dann lieber so ein kleines Miniprojekt sag ich jetzt mal mit ich sag mal vier fünf sechs Illustrationen und dann war es das oder so ein richtiger Expertenklopper was macht mehr Spaß Ich sag ich sag mal es macht beides Spaß Das kleine hat den Vorteil du hast es schnell gemacht es ist schnell fertig und gibt dir ein gutes Gefühl Boah klasse toll Aber und dann die großen Projekte das ist dann halt da hängt dann halt viel Arbeit drin und und viele Stunden und so und das ist dann ein ganz anderes Gefühl wenn sowas abgeschlossen wird das ist auch toll Die Mischung macht es die Abwechslung macht es es ist auch ganz wichtig die kleinen Projekte zu haben damit man hin und wieder sagen kann das ist jetzt abgeschlossen also dieses ich sende jetzt die Druckdaten zum fünften Mal wenn wir noch irgendwas gefunden haben und jetzt ist es wirklich erledigt das ist ganz ganz wichtig Dich dann auch weiter zu bringen bei den großen Projekten Ja Weil du eben bei großen Projekten oft wirklich ein Jahr lang ein halbes Jahr lang beschäftigt bist die dann hin und wieder auch liegen bleiben aus welchem Grund auch immer und eben diese diese Punkte wo du sagst es ist jetzt erledigt Hackel drunter die die sind wichtig um dann wieder Motivation zu schöpfen Kann ich nur Ja Kann ich auch nachvollziehen Kenn das auch Jetzt nicht unbedingt aus der Illustration aber in anderen Bereichen Genau die nächste sind zwei Fragen die würde ich glaube ich zusammenfassen weil es passt wir hatten das Thema auch schon mal angeschnitten mit anderen Runden hier Redaktion und Autoren da ist jetzt ja quasi das sind ja mehrere kreative Säulen und da ist jetzt nämlich die Frage wie empfindet ihr als Illustratoren eure Repräsentation in der Riege der kreativen Beispielen in der Regel stehen ja der Verlag und der Autor im Vordergrund und die Illustratoren werden eher im Nebensatz oder gar nicht genannt dabei Illustration ist ja ein wesentlicher Teil des Gesamtprodukts und ich glaube das können wir mit einbauen die nächste Frage wie würden sie die Arbeit verstehen eher als Künstler mit eigener Freiheit der Gestaltung oder vorrangig als Dienstleister die komplett die Wünsche des Verlags erfüllen müssen Ja Clemens Jetzt kommen wir bei dir an Es ist eine Dienstleistung also ich sehe es jetzt nicht unbedingt als Beruf um künstlerisch zu verwirklichen es ist ein Beruf der künstlerische Qualitäten braucht der Kreativität braucht der aber sehr sehr viel Handwerk braucht der sehr sehr viel Abarbeiten braucht und von dem her Es ist auch von Projekt zu Projekt unterschiedlich wie stark man sich einbringen kann toll und darf und was die Repräsentation betrifft die Meinungen sind unterschiedlich es kommt jetzt immer wieder auch auf aber ich bin da relativ uneikel man soll irgendwo draufstehen das ist klar vorne muss ich nicht draufstehen wenn ich auf der Schachtelrückseite stehe ist das schön ja aber vielleicht ein bisschen sentimental geantwortet die schönste Belohnung ist dann wenn man auf der Spielemesse sieht dass die Leute mit dem Spiel das man illustriert hat Freude haben und das spielen können und das ist es im Grunde ja absolut stimmt einer meiner Lieblingssprüche ist der dass der Unterschied zwischen einem Illustrator und einem Künstler ist der was der Illustrator zum Glück tut und dann hat in Zukunft etwas getan werden habt ihr das jetzt gehört hier hat es irgendwie die Verbindung war jetzt gerade ich kann es nochmal wiederholen also der Unterschied zwischen Illustrator und Künstler ist dass der Illustrator die nötige Disziplin hat zu tun was getan werden muss genau ich habe mich ganz mitgekriegt wenn der Künstler das wahrscheinlich nicht so durchhalten würde aber das fand ich jetzt nicht so richtig gehört aber so den Unterton habe ich verloren ja damit wollte ich eigentlich so den Punkt machen dass es tatsächlich ist also meiner Meinung nach ist ein Künstler derjenige der macht erst etwas ohne einen Auftrag oder so dafür zu haben und versucht das dann zu vermarkten während ein Illustrator halt eigentlich immer Auftragsarbeiten erledigt und insofern ganz klar ein Dienstleister ist das ist ja nun also du sprichst ja im Prinzip schon an das ist ja quasi ein Handwerk sozusagen ja was sind denn so die die wichtigsten handwerklichen Züge also was sind so Sachen wo man sagt das ist das absolute Fundament was jeder Illustrator eigentlich drauf haben muss um illustrieren zu können damit der überhaupt loslegen kann Gibt es so eine Art Grundfachliteratur so illustrieren für Dummies so wo ich anfangen sollte wenn ich Illustrator werden werden will was steht denn da drin dann also 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 es ist so ich habe ja ich habe ja Grafikdesign studiert und ich muss sagen dass ich während dem Studium habe ich eigentlich von dem was ich heutzutage mache habe ich eigentlich fast nichts gelernt das war ich habe mir letztlich habe ich mir fast alles irgendwie selber beigebracht mit einer Ausnahme während dem Studium habe ich gelernt diese Art des konzeptionellen Denkens wenn es um ein Projekt geht dann geht man mental auf eine bestimmte Art und Weise da ran und überlegt sich okay was wird gebraucht was muss gemacht werden und so weiter Ich kann jetzt gar nicht sagen also ich habe was ich gemacht habe ist ich habe halt immer gerne mal bei irgendwelchen Workshops mitgemacht habe mir angeguckt was andere Illustratoren machen und so und habe versucht mich halt auf die Art und Weise inspirieren zu lassen und weiterzubilden und ansonsten ansonsten natürlich ich habe irgendwie mal irgendwie mal so ein paar so ein paar Vorträge von von Ölmalern angeguckt was machen die wie machen die das wie gehen die da ran solche Sachen ähm ja aber das war das war eigentlich immer fast spontan sage ich mal die Gelegenheit sie hat sich ergeben dann habe ich es halt mitgemacht Clemens bist du da also ich glaube es gibt es gibt es gibt zwei Bereiche eben das eine ist wirklich die Illustration das was der Franz jetzt auch erzählt hat da gibt es viele Möglichkeiten viele Inspirationsquellen ähm da kann ich gar nicht oder da möchte ich gar nicht so viel dazu sagen weil es da eben auch viele gibt die das deutlich intensiver auch gelernt haben und von der Ausbildung her auch gemacht haben und das andere ist eben dieser dieser Bereich was ähm das Visuelle in Brettspielen betrifft damit diese Spiele spielbar sind und spielbar bleiben und da ist es glaube ich ganz wichtig dass man äh viele Spiele auch spielt und sich auch anschaut wie das Material mit den mit den Spielerinnen und Spielern kommuniziert was funktioniert was funktioniert nicht dass man sich auch bewusst ist dass das ein physisches Medium ist ähm auch wenn man jetzt was weiß ich über irgendeine Online Tools momentan die Spiele haben und die Arbeitsfläche drehen können aber wenn wir am Spieltisch sitzen wir sitzen an einer Position wir schauen von einer Position aus das müssen wir immer im Kopf behalten das heißt wenn man irgendwas gestaltet bei Brettspielen dann gestalte ich nicht nur so sondern auch so und so und umgedreht es müssen alle Richtungen funktionieren das heißt der ganze Bereich der Usability würde man jetzt sagen ähm der ist total wichtig und das ist etwas der gibt es es gibt zwar Ausbildungen jetzt eben Grafikdesign oder Usability Information Design mit Schwerpunkt Neue Medien aber gerade in diesem Bereich analoge Spiele gibt es ganz ganz wenig bis überhaupt nichts ausbildungsmäßig und was Literatur betrifft auch nicht das heißt da muss man wirklich spielen beobachten genau schauen wie funktionieren Spiele die gut funktionieren wie agieren die Leute die spielen und das das hat einfach viel mit mit Erfahrung glaube ich zu tun mit beobachten und mit mit das Medium auch mögen also ich glaube jemand der Brettspiele nicht mag der wird auch keine guten Brettspiele gestalten sage ich jetzt einmal ganz unversichtlich wie viel wahrscheinlich wahrscheinlich wie viel Anteil nehmen denn Brettspiele in eurer Arbeit ein macht ihr ausschließlich Spiele und Brettspiele oder gibt es da noch andere Sachen die illustriert also Clemens nix schon also von Zeit zu Zeit mache ich mal ein Buchcover ich habe genickt ich habe gesagt ja also ich bin in einer glücklichen Situation in diesem Bereich arbeiten zu dürfen also bei mir sind es 99% ich mache immer wieder mal ein Buchcover das war es aber dann auch schon haben wir noch Chatfragen eigentlich so ja eine die ich auch sehr spannend finde Gibt es ein Spiel das ihr am liebsten gerne selbst neu illustrieren wollt egal ob eins aus eurer Vergangenheit oder von jemand anderem wo ihr sagt das würde ich gern komplett neu anders machen Dann fange ich einmal an ja tatsächlich ist das eine Frage die ich immer wieder gestellt bekomme ich weiß nicht wie das werden soll ich glaube zum Beispiel das Mercator seinerzeit bei Lookout Spiele vom Uwe Rosenberg das war quasi so das dritte große Uwe Rosenberg Spiel bei Lookout Spiele da haben wir versucht was anderes zu machen und ich glaube dass die Gestaltung mit der ich eigentlich sehr zufrieden bin die aber nicht typisch Clemens ist auch mit dazu beigetragen hat dass das Spiel nicht so ein Erfolg geworden ist ich vermute wenn das so diese typische Clemens Illustration leicht naiv kritzelig gehabt hätte wie vorher Agricola und Le Havre dann hätte es wahrscheinlich besser funktioniert weil es einfach mehr Trigger bei den Spielerinnen und Spielern angesprochen hätte also das war vielleicht im Rückblick ein Fehler und ein Spiel das ich gern illustriert hätte das war seinerzeit Old Town von Kickerspiele so ein Deduktionsspiel Logik Spiel das ich irrsinnig gut gefunden habe das mittlerweile aber vom von Christian Operer in einer neuen Version wunderbar illustriert wurde wesentlich besser als ich sie hätte machen können aber das war so ein Spiel da habe ich damals an den Verlag angeschrieben ob ich es nicht neu machen könnte und Stefan Redler hat damals gesagt nein passt momentan haut hin das hätte ich gerne gemacht weil es einfach in der ursprünglichen Version ich glaube jetzt mit Coral Draw selber die Sachen halt schnell zusammengestöpselt irgendwelche Clip-Arts reingepackt das hat noch funktioniert so in den 90er Jahren frühen 2000er Jahren dass man als Kleinstverlag sowas liefern konnte das hat dann ganz einen eigenen Charme gehabt da hätte ich gerne gerne drüber gearbeitet hat sich nicht ergeben aber es gibt es jetzt auch in einer sehr sehr schönen Version insofern bin ich zufrieden ich habe es oben stehen und bin glücklich Franz ja bei mir also mir fällt mir fällt jetzt spontan tatsächlich kein kein Spiel ein wo ich das jetzt so an einem Titel festmachen könnte ich habe zwei Sachen das eine sind einige von den Spielen die ich selbst gemacht habe die halt mittlerweile schon einfach alt sind und auch alt aussehen da denke ich mir dann ab und an schon ja das das könnten wir jetzt mal wieder auffrischen oder so also ein gutes Beispiel wäre vielleicht auf Helle und Fennig von Hans Glück damals das ist ja ein fantastisches Spiel aber das würde ich heutzutage nicht mehr so machen das könnte man eine Auffrischung erfahren und dann natürlich generell alles all die Spiele von denen ich selber Fan bin ja die ich selber liebe und so da das wäre einfach ein unglaublicher Spaß das mal zu illustrieren wobei da ist keine Garantie gegeben dass das hinterher besser wird oder so ja das ist das wäre jetzt einfach nur aus Spaß an dem Spiel Gibt es Titel auf die ihr besonders stolz seid also wo sagt die Illustration die ist mir so gut gelungen da so ein also wo ihr immer glücklich drüber seid sozusagen oder ist es einfach so dass man dann einfach so selbstkritisch ist dass man sagt so naja jetzt habe ich mich satt gesehen und dann ja ich denke das wird die Zeit zeigen ob wir dafür immer glücklich sind damit aber gibt es vielleicht eines wo man wirklich selber so besonders stolz drauf ist wo man sagt so ja da bin ich absolut zufrieden mit also mir ist letztens ist mir irgendwie mit Liste und Glücke ist mir wieder aus ja also mit mit Liste und Glücke ist mir wieder in die Hände gefallen und da dachte ich mir ach Mensch das ist doch eigentlich das ist doch eigentlich ganz schön bei mir wäre es vermutlich The City von Amigo Spiele das ist so ein Spiel das bringen wenig Leute mit mir in Verbindung da habe ich so ein bisschen Neon Stil 80er Jahre Illus gemacht da gibt es so zwei Gruppen Leute die es furchtbar hassen und Leute die es ganz großartig finden ich finde es auch großartig und ich spiele es auch nach wie vor gern und damit bin ich eigentlich total zufrieden weil es eben was anderes war einmal und der Verlag auch diesen Zugang den ich vorgeschlagen habe angenommen hat da war ich sehr glücklich drüber aber es spaltet ein wenig und es ist auch legitim aber damit bin ich sehr sehr glücklich Was heißt noch gar nicht an oder haben wir jetzt Fragen inzwischen noch neu oder so Ich habe noch eine Du hast noch eine Okay dann mach du mal und zwar unabhängig von der Illustration was euer jeweiliges Lieblingsspiel ist für euch selber einfach also unabhängig von der Grafik was spielt ihr gerade im Moment am liebsten Also von den aktuellen Spielen muss ich sagen gefällt mir der Kartograf sehr gut einfach deshalb weil man in dem Spiel zeichnen kann Ich finde es schön das spielt sich einfach total gut und ich mag das einfach Ansonsten ich glaube mein größtes Lieblingsspiel aller Zeiten ist nach wie vor Space Hulk das ist einfach das ist einfach ich liebe das ist großartig bei uns momentan am öftesten am Tisch nicht mehr ganz aktuell aber die Architekten des Westfrankenreichs da ist einfach wie wir gemerkt haben das holt relativ viele Leute mit an Bord wo man auch Leute die normalerweise nicht so viel spielen nach einem anfänglichen was gibt es alles zu bedenken dann drauf kommen dass das thematisch dann doch Sinn macht und sehr sehr viele kohle und pfiffige pfiffige Mechanismen hat das heißt das kommt bei uns momentan relativ häufig auf den Tisch ansonsten mit den Kindern ganz ganz viel haben wir in letzter Zeit das Karak gespielt das ist so ein ganz einfacher Dungeon Crawler für ich sage einmal Kinder ab 6 Jahren funktioniert das schon oder unanständig wenig regeln aber es funktioniert trotzdem irrsinnig gut und ist stimmig und ist spaßig kann sehr sehr gemein sein aber das hat sehr sehr viel Tischzeit würde man sagen bei uns bekommen ja also ich komme wieder zurück zur Arbeit sozusagen die was mich jetzt interessieren würde und sicherlich auch anderes wie erstellt die Illustrationen also mit welcher Technik also inzwischen vermute ich mal wird sie digital sein größtenteils aber macht ihr auch noch was mit dem Pinsel direkt oder mit dem Bleistift oder wie auch immer wie geht ihr denn vor was benutzt ihr da Franz fang du mal an bitte Das ist unterschiedlich also es ist so dass ich im Prinzip immer mit Papier und Bleistift anfangen ich bin ich habe mich nie dran gewöhnen können gleich die Skizzen auch schon am Computer machen zu können oder zu machen das ist mit Bleistift und Papier damit geht es immer los und dann und dann kommt es drauf an also wenn ich sowas wenn ich sowas mache wie zum Beispiel eine Magic-Karte für Wizards of the Coast dann versuche ich die immer traditionell zu machen also in dem Fall dann Öl einfach deshalb weil es gibt da eine große Fangemeinde die dann auch die Originalbilder kaufen wollen und das ist natürlich ist natürlich eine schöne Sache wenn man das dann machen kann ansonsten für die für die Brettspiele ist es eigentlich so dass das ist fast alles digital einfach aus dem Grund weil das von der Weiterverarbeitung her so viel einfacher ist als wenn man als wenn man da traditionell vorgehen würde für den Verlag für alle Beteiligten ist das einfach ist einfach das Medium der Wahl sag ich mal ja Clemens bei dir auch so also ich habe zu Beginn noch noch verstärkt an Papier gearbeitet ausbildungstechnisch komme ich zwar aus einem ganz anderen Bereich ich komme eher aus der aus der Bildhauerei habe da Ausbildung genossen und am Anfang ja am Papier weil mittlerweile die Prozesse wie sie ablaufen macht das Digitale einfach deutlich einfacher ich freue mich oft wie das in den in den vordigitalen Zeiten war wie das mit den Korrekturdurchgängen gelaufen ist weil mittlerweile muss ich sagen gerade bei komplexeren Spielen sind sind so viele Parameter die man einstellen muss die man die man anpassen muss dass das einfach nicht digital sehr sehr schwierig und zeitintensiv werden würde also auf die das ist ja auch so dass sich die Arbeitsweise der Verlage ja auch sehr verändert hat dadurch als ich angefangen habe war das ja alles noch gar nicht mit digital da ging es ja gar nicht anders und da war es dann eben so dass der Verlag seine redaktionelle Arbeit abgeschlossen haben musste bevor er den Illustrator beauftragt weil jede Änderung hinterher hat im Prinzip das Projekt über den Haufen geworfen und heutzutage ist das natürlich anders heutzutage haben die Verlage dadurch auch die Freiheit quasi bis zur Druckabgabe am Schluss noch irgendwelche Sachen zu verändern das würde mit traditionellen würde das halt einfach nicht gehen Wenn ich jetzt ein ambitionierter angehender Illustrator bin ich sitze den ganzen Tag zu Hause zeichne meine Sachen denke das kann ich das will ich das will ich können wie gehe ich denn vor wie werde ich Illustrator also was mache ich von der Ausbildung wie gehe ich an die Sache ran wie kann ich später irgendwann mein Spiel illustrieren das ist schwer das ist schwer also ich habe ja selber keine keine Ausbildung als Illustrator in dem Sinn ich habe halt Grafikdesign studiert und bin dann ganz zufällig reingerutscht deswegen also ich ich weiß ich weiß es nicht wie bist du denn zu deinem ersten Spiel gekommen wahrscheinlich wäre es das Beste wenn man wenn man reinkommen will dass man sich dass man eben man stellt seine Arbeiten zu einer Mappe zusammen und geht dann von Verlag zu Verlag und stellt sich da vor das ist wahrscheinlich am besten auf Messen man muss man muss in Essen sein Nürnberg auch wenn es geht und alles was man sonst noch mitnehmen kann wo man zu einem persönlichen Kontakt mit Redakteuren kommen kann Bist du so zu dem ersten Spiel-Illustratoren-Job gekommen? Das war also das war ein riesen Zufall oder sagen wir mal also ich habe ich habe halt Grafikdesign studiert und als Student hat man ja immer wenig Geld und deswegen habe ich ich bin nicht eines Tages auf die verrückte Idee gekommen in eine in die Tageszeitung in Darmstadt eine Anzeige zu setzen ich wäre Comiczeichner und ich suche nach Arbeit und wer Lust hat kann mich anheuern und es hat tatsächlich einer angerufen und das das war der Klaus Teuber und der hat der hat zu dem Zeitpunkt damals wollte er das Barbara Rosser und die Rettelmeister wollte er das im Selbstverlag produzieren und hat einen Grafiker gesucht dann haben wir uns getroffen der fand der fand das schön und bei dir was sind deine Tipps für angehende Illustratoren bei mir war es auch Glück bei mir war es auch Zufall es ist schwierig wenn viele viele Illustratoren auch Lookout Spiele für die ich hauptsächlich tätig bin anschreiben und das landet dann oft bei mir hartnäckig sein Messen besuchen eng Messen auch vor Ort besuchen weil gerade der zwischenmenschliche Aspekt ganz ganz wichtig ist also in diesem Bereich in dieser Branche muss es auch von der Chemie her finden und damit ist es auch immer gut wenn du die Akteure einfach kennst und wenn ich da Illustratoren sehe oder in den Körper mit dem Plaudern das Gefühl habe okay das passt von der Chemie her das ist auch unkomplizierter das ist auch ein ganz wesentlicher Bereich dass man gewisserweise pragmatisch ist das passt dann kann man sich da ja leicht so ein bisschen den Fuß in die Tür rein bekommen aber es hat wirklich viel mit Glück zu tun ja wenn es eine Chance gibt und wenn es eine Möglichkeit gibt dann muss man die einfach ergreifen also es war bei mir wirklich reines Glück es hat jetzt nichts mit Leistung oder Qualität zu tun gehabt sondern das Glück im richtigen Moment am richtigen Ort den Fuß drinnen zu haben dann natürlich wenn der Fuß drinnen ist dann hat es schon mit verschiedenen Dingen zu tun die man steuern kann aber das Reinkommen hat wirklich viel mit Glück zu tun der Frank bekommt gerade einen neuen Mikroakku als Test 1,2,3 bin ich wieder da okay ich habe jetzt ganz kurz ich habe gerade ich bin in einer Minute wieder da ihr dürft es dabei weiter reden okay na dann ja eine Geschichte das das mir letztes Jahr ja wie soll man sagen begegnet sozusagen da habe ich mich mit einem Illustrator unterhalten der auch recht bekannt ist tatsächlich ich muss den Namen jetzt nicht sagen weil der hat mir erzählt also was da geht es jetzt um die Arbeit als Illustrator an sich der erzählte mir dass er eigentlich im Prinzip den ganzen Tag allein ist in seinem Büro wenn er seine Arbeiten macht und so und dass ihn das tatsächlich auch ziemlich ja wie soll man sagen also so beschäftigt hat in der Hinsicht dass er damit eigentlich nicht glücklich war also ich das ist jetzt ein wahrscheinlich ein ganz anderes Thema als als Spielillustration allgemein da geht es mir jetzt eher darum um wie man als Illustrator der ja im Prinzip wahrscheinlich in der Regel auch freiberuflich arbeitet und ähnliches in seinen eigenen vier Wänden wahrscheinlich in der meiste Zeit sich aufhält wie man seinen Arbeitsalltag so organisiert dass man dann eben nicht irgendwie wie soll man sagen in Einsamkeit verfällt ja muss man sozusagen ist das ein Problem muss man dafür geboren sein oder ist das eher so eine Sache die man vielleicht sogar mag es kann ja auch sein wie geht es dir damit du machst das ja schon recht lange jetzt Franz also sagen wir mal so ich glaube ich bin ich bin einfach kein Mensch der jetzt ständig ganz furchtbar viele Leute um mich herum braucht also ich komme ganz gut zurecht wenn ich alleine bin das ist in Ordnung aber selbst mir ist es manchmal es ist manchmal schon ja es ist einsam es ist ein einsamer Job und Leute die die das nicht können die sollten sich ganz schnell was anderes suchen gekommen ist und alle Leute traurig waren weil sie können aber bei mir der Moment dass ich wusste gut darauf habe ich mich 13 Jahre vorbereitet ich bin jetzt dort wo ich wo ich sein möchte das andere ist wir also meine Frau und ich einerseits wir arbeiten mittlerweile zusammen auf der anderen Seite wir haben gemeinsam auch 5 Kinder das heißt ich habe da einen einen automatischen Zwang der mich immer wieder rausreißt aber es es stimmt schon es ist ein Job es ist auch etwas was ich öfter erzähle ich bin ein Morgenmensch also viele andere sind Nachtmenschen ich kann in der Nacht überhaupt nicht arbeiten aber ich bin dann derjenige wenn die Projekte heiß werden dann stehe ich halt um 3 Uhr oder um 4 Uhr in der Früh auf und arbeite bis 20 21 Uhr danach bin ich meistens und im Sommer gibt es dann eben diese Zeiten wo man das zwei Monate durchmacht das muss man schon können dazu muss man bereit sein das ist wie der Franz gesagt hat das ist schon eher teilweise eine einsame Sache aber ich glaube auch da kommt man relativ schnell drauf ob man das mag oder nicht und es ist dann eben in diesen heißen Phasen wenn man mit jedem redet das sagt jeder in der Branche das gleiche die Zeit wenn es wirklich viel ist ist zwar anstrengend aber die Belohnung folgt dann im Oktober die hat heuer ausgesetzt die Belohnung wir versuchen sie jetzt so ein bisschen nach nachzuempfinden aber wirklich eben dieser Besuch in Essen und die Leute dann die Spiele Spiele sehen dann weiß man wieder warum man es macht und warum man es gern macht ja das ist schon toll und das ist dieser Luxus einfach an einem Produkt zu arbeiten das kann ich nicht oft genug unterstreichen wir arbeiten da an Spielen die im Idealfall die Welt und den Menschen ein kleines Stückchen besser machen also wir arbeiten nicht an Produkten die jetzt ja dazu führen dass die Leute egoistischer werden wir arbeiten im Idealfall an Produkten die nachhaltig produziert werden können wir arbeiten im Idealfall an Produkten die wenn man sie gekauft hat und darauf aufpasst 20, 30, 40 Jahre halten das heißt rein theoretisch haben wir da eine ziemliche Luxussituation in der wir arbeiten und quasi der Preis den man dafür zahlt ist halt dass es teilweise viel ist und dass es teilweise ein bisschen einsam ist aber ich denke mal unterm Strich wenn man sagt das passt dann kann das sehr sehr erfüllend sein wie viel Zeit haben wir gemacht Malte ich hab noch siebeneinhalb Minuten siebeneinhalb Minuten ja der Erik ist schon wieder da ich dachte jetzt ich hab noch eine Folgefrage quasi aus dem Chat du hast eine Folgefrage und zwar hattet ihr ja oder hattest du eben Franz über den Kartograph ja auch gesprochen und dann kam die leicht augenzwinkernde Frage wenn ihr als Illustratoren so Spiele spielt wo man eben was einmalt ne also bei Kartographs sind das ja diese Landschaftstypen wird das dann ein Kunstwerk oder ist es dann auch eher so Hauptsache man kann erkennen welche Landschaft das ist naja also ich glaube ich mach dann schon eher ein Kunstwerk draus das heißt die Blätter haben dann so einen gewissen Wert hinterher quasi die Kartographs nein nein also ich schmeiß die Blätter trotzdem weg so ist es nicht aber aber ich es ist wahrscheinlich Berufskrankheit kann da jetzt nicht einfach sowas hin gehen das Schlimmste ist das Schlimmste ist wenn meine Frau die Monster auf meiner Landkarte einzeichnen muss so könnte man ja quasi solche Spiele wie was weiß ich ja Piktoreka oder sowas mit einer Riege Illustratoren spielen und hinterher ein Charity Event machen oder so Kunstwerke verkaufen oder so allgemein ist das eine gute Frage ja also ihr habt ja sicher auch das ein oder andere Bild auf das ihr stolz seid oder die eine oder andere Illustration und da sammelt sich ja im Laufe der Jahre wahrscheinlich auch einiges an ne und ihr hängt wahrscheinlich nicht jedes Bild von euch oder jede Illustration die ihr zwar sehr gut findet aber für die kein Platz mehr ist jetzt irgendwo an die Wand oder so was macht ihr denn mit diesen ganzen Sachen also gebt ihr das auch mal für Charity Aktion raus oder überlasst ihr das den Verlagen um das zu verkaufen oder was macht ihr damit ja da merkt man jetzt natürlich dass du die letzten 20 Minuten nicht da warst wurde schon beantwortet ja okay ja alles klar nein 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 überhaupt nicht das Thema noch nicht ein Großteil passiert digital beim Franz der kann er sicher noch erzählen der macht Skizentwürfe am Papier aber bei mir ich bekomme es gerade aktuell wieder ich habe einen sehr lieben hartnäckigen ich glaube Franzosen was ganz untypisch ist weil die Franzosen mit meinen Sachen überhaupt nichts anfangen können der unbedingt was von Agricola haben möchte eine Original-Illustration der ersten Ausgabe und ich finde sie nicht mehr ich habe ein paar irgendwo noch liegen die habe ich damals auf dem Papier gemacht und ich weiß da hinten oben irgendwo in irgendeiner Mappe sind vielleicht noch zwei, drei drinnen und der hätte so gerne eine Original-Illustration und ich habe jetzt welche gefunden aus der Moorbauer eine Erweiterung aber das ist nicht das was er möchte also es kommen immer wieder Anfragen was diese Dinge betrifft wenn es geht kann man es irgendwie bearbeiten was ich da muss ich Franz jetzt einmal fragen was ich ganz oft bekomme sind Anfragen für Hochzeiten für irgendwelche Porträts für irgendwelche Tischkärtchen und ähnliches soweit es geht versuche ich zu helfen weil es einfach so dieses giving back to the community ist aber Hochzeiten es gibt es gibt ein paar Leute die verrückt genug sind ihre Hochzeit im Agricola-Thema auszustatten wo ich mich sehr geehrt fühle aber dann kommen dann 500 Gäste mit Gästekärtchen und dann sollst du quasi nach Foto und quasi die Porträts in deinem Stil nachmalen genau das kommt die Anfragen kommen immer wieder ja aber ganz abgesehen davon wieder ist es ist es irrsinnig berührend wenn man wenn man sieht wie wie stark ins Privatleben von Menschen eindringt ich weiß nicht ob das der richtige Begriff ist aber in den eigenen vier Wänden liegt dann ein Spiel am Tisch das ich illustriert habe und die Leute fangen damit was an und das berührt sie emotional ist das was dich dabei in Anführungszeichen stört oder das ist das wovor du quasi eher Angst hast dass es halt so dieser dieser wichtige Moment im Leben dieser Leute ist den du quasi jetzt sozusagen aufgebürdet bekommst indem du diese Kärtchen machst oder also ich stelle mir vor dass es halt eine Sache der Zeit ist einfach es stört wenn es irgendwie zeitlich geht mache ich es jetzt kommen dann sicher wieder ganz viele Anfragen sehr sehr klug gemacht von mir nein es stört mich überhaupt nicht ich fühle mich ich fühle mich immer total geehrt in so so intime Situationen mit reingenommen zu werden aber es wird mir dann bewusst wie tief ins Privatleben der Menschen teilweise mit den Illustrationen eindringt oder reinkommt dass das Dinge sind die das heißt bei jeder Kunstform das heißt bei Büchern das heißt bei Filmen das heißt bei Musik dass du Leute teilweise in Bereiche oder in Bereichen begleitest oder erwischt oder dort bist einfach wo es wo es vielleicht schwierig ist wo es vielleicht wahnsinnig schön ist und die erleben dann was weiß ich eine traumhaft tolle Runde an einem Abend wo einfach alles gepasst hat und erinnern sich ihr Leben lang dran und das meine ich einfach damit dass man da bewusst oder unbewusst aber immer lange nicht bewusst sehr 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 nah bei den Menschen dabei ist der Franz hat ja vorhin schon erwähnt dass er Magic Karten in Öl malt also die Illustrationen für Magic Karten weil es Leute gibt die die dann als Originale kaufen möchten ja das hat es vorhin zumindest ein Nebensatz gesagt und ich habe hoffentlich richtig mitbekommen dass das so war wie läuft das dann ab also wie schreiben die dir dann und sagen hier egal was das nächste Mal ist hier hast du ein Abo ich will das jetzt und sag was du brauchst oder wie funktioniert das dann ja das ist also bei Magic ist es ja das ist ja Magic ist ja ganz was Spezielles das ist im Prinzip eine eigene eine eigene Spieleszene innerhalb der Spieleszene sozusagen da gibt es ja zum Beispiel gibt es also ich habe noch niemanden getroffen aus der Liga aber es gibt eine Liga in der darf man nur dann mitspielen wenn man nur Karten in seinem Deck hat von denen man die Originalillustration besitzt das gibt es angeblich also und es ist tatsächlich so das funktioniert so bei Magic ist das ja so weil es hat in der Vergangenheit ja immer wieder immer wieder so ein bisschen Schwierigkeiten gegeben mit den Künstlern dass die sich online irgendwie verplappert haben und in dem Set kommt da das und das raus und so und deswegen verrät Verraten den Zeichnern gar nicht den Namen der Karte oder für das Set bekommst du auch nur irgendeinen Codename und und du weißt auch gar nicht was die Karte macht und all solche Sachen das ist alles sehr sehr geheim und dann passiert plötzlich passiert folgendes ich bekomme 10, 20 E-Mails an einem Tag wo es heißt hier ich möchte das und das kaufen und dann weiß ich aha Wizards of the Coast hat eben irgendwo veröffentlicht dass es diese Karte jetzt gibt oder in zwei Monaten geben wird oder irgendwie sowas es ist jetzt öffentlich und dann versteigerst du die Dinge oder wenn du so viele Anfragen kriegst oder wie funktioniert das dann? also meistens also meistens nehme ich halt den der dann in dem Moment das Beste bietet oder vielleicht auch einen den ich schon kenne sind ja oft dieselben Leute ich habe gerade ein Zeichen gekriegt von der Regie wir sind quasi wir haben schon überzogen ich fand das super spannend es war sehr schön sich mit euch zu unterhalten auch sehr sympathische Gäste muss man tatsächlich sagen muss man echt sagen Dankeschön Dankeschön dann ich wünsche euch noch eine schöne Restenmesse ich hoffe ihr könnt es auch ein bisschen verfolgen und habt auch ein bisschen Spaß dabei und ja dann vielleicht sehen wir uns ja nochmal in irgendeinem anderen Stream wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen dass wir das vielleicht öfters machen wollen ja und das war ja schon eine recht spannende Sache jetzt okay dann schönen Resttag noch viel Erfolg weiterhin Dankeschön wir übergeben jetzt an Robert wir übergeben an Robert und Robert haut jetzt wieder Aktion raus ohne Ende seid gespannt da gibt es einiges zu holen ich weiß was kommt gleich wisst ihr es auch ja geht bis zum nächsten wir haben Untertitelung des ZDF, 2020